So, seid gegrüßt. Ich habe mir da mal ein paar Apps runtergeladen auf dem Übergangshandy. Für die, die es noch nicht erfahren haben, das Handy wurde geklaut, gestohlen, geraubt. Ja, dafür ein Video hier verlinkt in der Infobox. Zieht euch das rein. Heute spielen wir die erste App davon, das erste Spiel, das da heißt, Tuba Higher Lower Game. Manche von euch werden, oder die meisten werden von euch, das Higher Lower Game kennen. Das ist ein weit verbreitetes Spiel aus dem Internet, was so schon fast alle YouTuber schon gespielt haben. Das hier ist die Tuba Version davon. Ihr seht hier gleich Deutschland, Weltspitze, Spiele, Weltspitze, Weltspiele, Musik, Vereinigte Staaten, Brasilien, Frankreich, Spanien, Australien, Kanada, Portugal, Vereinigtes Königreich und so weiter und so fort und so fort. Und ja, halt YouTube auf der ganzen Welt. Ich denke Indonesien oder Mexiko oder Japan, Thailand, ich glaube, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich würde mal mit Deutschland spielen. Das seht ihr hier ganz zuerst. Und wie ihr auch ein bisschen seht, habe ich das Ding schon ein bisschen getestet. Und im Vorhinein, ja, beginnen wir einfach mal Higher Lower Game in Deutschland spielen. So, für die Leute, die nicht wissen, wie es funktioniert. Da oben seht ihr einen YouTuber oder eine YouTuberin, Albert Sohn. Oder wie sie da ausgesprochen wird, kenne ich nicht. Mit 1,29 Millionen Abonnenten. Also warten, ob Izzy höher oder niedriger ist. Also ob der mehr oder weniger Abonnenten hat. Ich würde mal sagen, er hat weniger, niedriger. Und das ist sogar schon richtig. Und dann sind wir weiter. Dann können wir weiter raten. Marcel Scorpion. Wie sieht bei dem aus? Ich würde mal sagen, er hat mehr. Und da bin ich schon wieder richtig weiter. Die hat natürlich auch selbstverständlich mehr. Den kenne ich nicht. Hat weniger. Das ist richtig. Charine Davids. Davids. Hat mehr. Korrekt. Ich bin ja ziemlich gut da drin. Inscope 21, ja, den kennt man. Die hat wahrscheinlich mehr, denke ich. Ist grad dein Er... Ja, nein. Nicht. Ja, Baby's Beauty Palace hat natürlich mehr. Ja, wer ist berühmter? Julienco oder Baby's Beauty Palace? Baby's Beauty Palace hat Julienco gepusht, ja. Dadurch, dass sie irgendwie mit dem befreundet ist. Irgendwie. Spaceradio hat nicht mehr. Mehr als Matan hat natürlich weniger. Und ApoRed hat mehr als Mert Matan. Korrekt. Und der spielt hat natürlich auch mehr. Der hat 2 Millionen. Und was ist denn das? Archivarscript. Natürlich weniger. Ich wollte mich mal vielleicht bei dieser ja, Aktion grad mal entschuldigen für eine schlecht-schlechte Qualität. Ist abgefilmt und ist ein zerkratztes dreckiges Display. Aber ich hoffe, das geht jetzt mal für die Zeit jetzt hier. Ja, die hat mehr als Prank Army. Korrekt. Ungespielt. Ja, das hatten wir gerade eben. Der hat 2,059. Und Julien Bam hat mehr. Passhaft. Wie? Da habe ich noch nie was von gehört. Hat weniger. Felix von der Laden. Der heißt aber den auch. Hat. Ja. Ja, 2,9. Warum steht der Felix von der Laden? Okay. Weniger. Ja. Verstorger. Kein Bild verfügbar. Trotzdem hat er mehr. Ape Crime TV hat natürlich mehr. Noch. Noch hat es mehr. Zombie hat weniger. Leider. Ein richtig guter Minecraft YouTuber. Die hatten wir gerade eben. Der hat glaube ich weniger. Ah. Schon wieder getäuscht. 2 Millionen. Sally's Welt. Hatte weniger. Amor. Hat natürlich mehr. Tom Shuffle. Weniger. Und wie soll es auch anders sein. Die Außenseiter. Die habe ich auch lange nicht mehr von gehört. Gutes Deutsch. Passt aber. Ape Crime TV. Die haben natürlich weniger. Die haben natürlich weniger. Ape Ladi hat ein bisschen mehr als Ape Crime. Kelly Misses Relog. Die mag ich doch. Der hat aber leider weniger würde ich sagen. Ja. Felix von der Laden, der übrigens dener heißt. Hat mehr als Kelly. Einen schönen Tag. Whisker Barisker. Und die Lochis. Haben wir immer noch mehr. Zombie. Hatten wir eben gerade schon. Hatte weniger. Mehr Subs für Zombie. Dagi Bee hat mehr, Sparco Phoenix, den kenne ich seit neuestem, seit VARO 4, der hat Paluten besiegt in VARO 4. Der hat natürlich weniger, der hat nur 9,42,924. Julian Bam hat natürlich weitaus mehr, Saza hat, da bin ich mir nicht so sicher, ich denke er hat ein bisschen weniger, aber nicht viel. Oh, aber tolle viel, da habe ich mich aber gehört. Samy, wer auch immer das ist und wie er ausgesprochen wird, hat weniger als Saza, Jay und Arna haben natürlich mehr. Falsch, was? Hast 21 Punkte erreicht. Gewinnzeit. Und sagt dann schonmal, ich hoffe euch hat dieses kleine Appletztest nicht zu sehr missfallen. Sollte das der Fall sein, ein Däumchen nach oben für Con Crafter. So, schreibt mir, ob ihr das nochmal sehen wollt, ob ihr sowas hier vielleicht in einer anderen Art mal irgendwie mal wiedersehen wollt. Gehabt euch wohl. Seid euch auch ein Däumchen nach oben. Guck euch auch ein Däumchen. Sähe dich schon mal! Untertitelung des ZDF, 2020